Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Bundeskanzlerin in der ARD-Sendung Farbe bekennen. In der Pandemie setzt sie weiter auf die Geduld der Bürger und auf die Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Und dann sagen manche Menschen, wir haben ja keine Impfpflicht. Dann sagen manche Menschen, jetzt möchte ich nicht geimpft werden. Dann muss man vielleicht schon solche Unterschiede machen und sagen, okay, wer das nicht möchte, der kann vielleicht auch bestimmte Dinge nicht machen.